Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2019. Es geht heute um Ausrüstung, also Dinge, die ich 2019 gekauft habe, ich glaube eine Sache ist dabei, war schon 2018, aber sei es drum, ich möchte euch einfach mal die Dinge vorstellen, die mir persönlich sehr wichtig geworden sind und ich fange mal wirklich mit dem Produkt an, was immer in meiner Fototasche ist, was ich auch natürlich wegen YouTube immer dabei habe und das ist Nummer 1, die Osmo Pocket. Sie ist klein, sie ist leicht, sie liefert gute Bilder ab, man kann in 4K filmen, wenn man möchte, aber man muss sich noch ein bisschen Zubehör kaufen, damit das Ganze, ich würde mal sagen, schön rund läuft. Ich empfehle euch an der Stelle gleich mal dieses kleine, ja was ist das eigentlich, um den Gimbal einzustellen und es bringt zwei weitere Knöpfe. Damit kann man einfach die Kamera ein bisschen besser steuern, ist ein bisschen schneller, das empfehle ich euch auf jeden Fall, falls ihr euch dafür interessiert. Ich habe da Videos zugemacht, ich verlinke euch das alles unten in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung und sofern möglich auch ein bisschen was oben in der Infobox. Je nachdem, wo ihr online seid, müsst ihr entsprechend eben nachsehen, was und wie ihr an die Links rankommt am Fernseher, geht das leider irgendwie nicht so gut. Was braucht ihr noch? Ihr braucht natürlich eine schnelle Speicherkarte, das ist klar. Es gibt noch das WLAN-Modul, das habe ich auch schon benutzt, das benutze ich auch, aber es ist nicht wirklich immer dabei, da muss ich schon ganz spezielle Sachen machen. Das Teil hier ist wie gesagt immer dran und ja, wenn ich mit dem Mikrofon hier arbeiten möchte, braucht ihr noch unten den Stecker. Hat DJI ein bisschen blöd gelöst, finde ich auch ganz persönlich, weil das so unten raus steht, kann irgendwann mal Ärger machen, aber so wie sie ist, könnt ihr eigentlich schon sehr, sehr gut den Ton aufnehmen. Also DJI, übrigens, wenn ihr dieses Rädchen wirklich verwenden wollt, dann solltet ihr euch diese andere vom Chinamann Hülle besorgen, weil dann müsst ihr sie nicht jedes Mal abmontieren. Hält übrigens hier sehr gut drin, sage ich euch gleich nur mal, um euch vorzuwarnen. Also das ist wirklich das Produkt, was ich immer dabei habe, was ich auch teilweise einfach so mitnehme, weil passt in jede Jackentasche. Ich habe es gerade hier eingepackt und einfach super praktisch. Man kann damit auch Fotos machen, aber ich benutze sie eigentlich ausschließlich für Video und zwar richtiges Video. Man kann auch Zeitraffer machen und so ein paar Spielchen, aber für Zeitraffer habe ich mir ein zweites Produkt besorgt, auch von DJI. Da ist jetzt unten noch, ihr hört das klingeln, ich habe so eine Eieruhr da dran, damit es einfach steht, die DJI Osmo Action. Natürlich könnte ich die jetzt auch ans Fahrrad machen und irgendwo damit durch die Gegend fahren, kommt vielleicht auch mal vor, aber in der Hauptsache, hör auf zu bimmeln, in der Hauptsache ist das einfach dafür da und deswegen habe ich auch diese Eieruhr da dran, ich muss das mal hier oben festhalten, habe dann noch einen Stativ, sozusagen was man in den Boden rammen kann, wie ein Hering und dann mit der Eieruhr kann ich zum Beispiel ein Zeitraffer Video machen und dafür ist wirklich die so gut geeignet, dass ich sogar die aufwändigen Zeitraffer Aufnahmen fast ein bisschen vergessen habe dieses Jahr. Das, was die Kamera liefert, ist wirklich vom Feinsten. Vielleicht habe ich jetzt auch was eingeblendet, muss ich sehen, wie es passt. Ich möchte ja ein möglichst kurzes Video machen. Was habe ich an Objektiven dieses Jahr? Das ist vielleicht auch wichtig. Ich habe mir wirklich was Teures geleistet. Grund dafür war ein Test mit einem 20mm Objektiv von Minolta, was ich in den 80er Jahren mir selber für meine Minolta Ausrüstung gekauft habe. Ich habe da ein Test Video gemacht, könnt ihr alles euch ansehen, wenn ihr wollt, mit 5 Objektiven oder 6, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe mir das Zeiss Loxia 21mm gekauft, eine wirklich sehr, sehr schöne Linse. Viele werden jetzt sagen, Loxia ist ja lieb und nett, aber die Blende muss man selber einstellen, man muss den Fokus selber machen. Ich liebe das einfach. Ich finde es toll, wenn man überhaupt an einem Objektiv die Blende einstellen kann. Selbst wenn das ein Autofokus Objektiv ist, würde ich das jederzeit einem Objektiv vorziehen, wo man nur über die Kamera das steuern kann. Ich bin hier einfach viel, viel schneller und was das Fokussieren angeht bei 21mm, also Leute, das ist nur wirklich keine Kunst. Und wenn man hier ein bisschen abblendet, hat man wirklich eine hervorragende Bildqualität. Das war, ja, der teuerste Kauf, könnte man sagen. Aber ich habe noch ein Objektiv, ja, eigentlich im gleichen Zeitraum ergattert. Und zwar hat das jemand recht günstig verkauft. Und das ist dieses Objektiv, ein Laowa 15mm Makro Objektiv. Also es gibt ja noch diese, ich sage mal, bessere Version, Non-Distortion. Die ist auch wirklich, ich glaube, ein Stück besser. Aber hier, weil ich ja auch viel Makros mache, ich bin ehrlich gesagt mit dem Objektiv erst so am Warmwerden. Das hat ein bisschen gedauert, weil wenn ich rausgehe und habe mein 200mm Makro dabei, dann muss ich einfach sagen, ziehe ich das einfach diesen Weitwinkel vor. Aber ich war jetzt damit auch unterwegs, habe da Videos auch zugemacht. Blende ich euch, wie gesagt, Infobox oder in der Videobeschreibung ein. Also auch eine feine Linse, die es ja für verschiedene Kameramodelle gibt. Also nicht nur für Sony, wie das Zeiss Loxia. Hier hat man ja, glaube ich, Anschlüsse für alle gängigen Kameras. Natürlich ist das für Vollformat. Und ich muss gestehen, ich muss damit noch mehr arbeiten, um einfach auch mehr ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, wann setze ich denn dieses gute Stück ein? Ich bin jetzt mir gar nicht sicher, was ich dieses Jahr noch so an alten Objektiven ergattert habe. Aber ein Objektiv, was ich wirklich auch spontan gekauft habe und lieben gelernt habe, ist dieses alte Minolta Objektiv. Da kommen auch noch Videos. Ich habe auch schon was gemacht. Ich habe das in Straßburg im November auf der Fotobörse gekauft. Tipptopp im Schuss, war von einem Profi gereinigt worden und ja, kostet sein Geld. Aber es ist wirklich ein Objektiv. Man muss abblenden. Also mit 1,2 kann man das nicht verwenden. Habe ich eigentlich gesagt, was es ist. Minolta 58mm f1,2. Jedenfalls ein Highlight für mich, wenn ich damit arbeite. Es macht wirklich Spaß und da bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass ich es besitze. Was habe ich noch? Ausrüstungsgegenstände. Eine Sache, die ich auch wirklich, wo ich mich gefragt habe, warum hast du das nicht schon viel früher entdeckt? Weil es einfach wirklich auch gerade in der Makrofotografie, wenn man mit Stativ arbeitet, viel, viel besser geeignet ist wie ein Kugelkopf oder irgendein anderes Stativ. Ich habe das auch schon mal in einem Video länger erklärt. Manche fanden das Video nicht gut oder ja, ich verstehe es nicht. Aber nun ja, sei es drum. Vielleicht könnt ihr das Ganze auch mal irgendwo sehen. Und zwar, ich habe das jetzt von Manfrotto, das gibt es mit Sicherheit auch für andere Systeme, also von anderen Herstellern. Ein Getriebe-Dreiachsen-Neiger. Ich glaube, so heißt das Ding. Also auf jeden Fall, durch Drehen kann man einfach seine Kamera, sein Objektiv auf das Motiv einstellen. Wir haben eben drei Achsen und das kann man vielleicht nicht so genau machen, wie sich das der ein oder andere vorstellt. Aber mit ein bisschen Übung klappt das sehr, sehr gut. Und das Schöne ist gerade mit schweren Objektiven, da ist es nämlich immer so bei anderen Köpfen, wenn man dann festdreht und loslässt, dann ist ja das Gewicht wieder da. Also seht euch das Video an im Zweifelsfall, aber wer sich wirklich was Gutes tun will, wer mit schweren Objektiven arbeitet, vielleicht dann auch noch mit Makroschlitten und und und, ist eine feine Sache, kann ich wirklich empfehlen. Etwas, was ich mir selber gebaut habe, gab es auch ein kleines Video dazu, ist dieses kleine Bodenstativ. Das kann man, ich habe übrigens einen Link unter dem Video, wo es dieses Teil nochmal, glaube sogar 20 Euro billiger gibt als beim großen Fluss und trotzdem aus Deutschland kommt, also nicht irgendwo aus Asien. Also das Produkt kommt aus Asien, dieser, dieser, ich habe euch alles in dem anderen Video erklärt. Auf jeden Fall dieses Bodenstativ, das habe ich jetzt auch schon öfters dabei gehabt, es ist einfach super praktisch, es passt bei mir in die Fototasche mit rein. Apropos Fototasche, ich liebe kleine Taschen, da gibt es auch ein Video, werde ich euch auch mit unten in den Link reinpacken, damit ihr wisst, warum ich so ticke. Jedenfalls, das ist so einfach zu bauen, das kann im Grunde jeder, der ein Loch bohren kann, ein bisschen sägen kann und dann war es das schon. Ihr braucht halt das ein oder andere Teil dafür, an Schrauben oder so, aber ja, es ist wirklich sehr, sehr praktisch, finde ich, für bestimmte Aufnahmen und mir macht es Spaß. Eine Sache habe ich ja jetzt erst bekommen, das ist wirklich, ich müsste jetzt eigentlich wieder Werbesendung einblenden, aber hier mit diesem Licht, da gibt es ein eigenes Video, deswegen, ich rede da gar nicht so viel. Also ich bin super happy, dass ich das gute Stück habe und ja, ich werde demnächst versuchen, damit Makro Bilder zu machen, also, dass ihr einfach auch mal seht, wie ich das einsetze bei Makro Fotografie. Ich muss da selber auch noch ein bisschen tüfteln, gebe ich ganz offen zu, aber ja, seitdem ich das Ding habe und das habe ich auch schon in meinem Video darüber erzählt, ist ja noch nicht so lange her, da habe ich es immer mit in der Fototasche drin. Ich musste es jetzt noch nicht einsetzen, aber dabei haben ist ja manchmal auch besser, als zu Hause liegen zu haben und hier war es mir einfach wichtig, vor allen Dingen dann Licht zu haben, wenn ich mal an einer Stelle was filmen möchte, wo ich eben mit der Osmo Pocket nicht genügend Licht habe, denn dann wird es ein bisschen grieselig, gebe ich ganz offen zu. Ja, wenn ich jetzt auf meine Uhrzeit gucke, ich glaube, dieser erste Jahresrückblick, vielleicht gibt es noch einen zweiten, der ist lang genug geworden, ich habe genug erzählt, würde mich freuen, wenn der ein oder andere was dazu schreibt, vielleicht habt ihr ja selber noch eure Highlights, ja, für die anderen zum Besten zu geben, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr irgendwelche Links reinpackt, dann, ja, schreibt ein bisschen ausführlicher und nicht, dass man euch alles aus der Nase ziehen muss und vor allen Dingen so, dass man es versteht. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.